Hier im Palace & Spa ist dann auch das Hallenbad mit Liegen, wo man draußen liegen kann und hier ist komplett windgeschützt. Wenn ein bisschen Wind geht, am besten hier in dem Wellnessbereich aufhalten und da ist es traumhaft schön. Hier vorne ist auch noch ein Platz, wo man liegen kann und da hat man Sonne pur hier herum und komplett ruhig in der Anlage.